Okay, wieder einen erwischt. Wir greifen den einfach an. Wir müssen ja jetzt, die Viecher halten eh nix aus. Okay, schade, hat noch für einen gereicht. Da störe ich mich aber nicht schon weiter dran. Jetzt wollen wir mal schneiden. Ah, und der ist fast tot. Okay, und zum krönenden Abschluss machen wir noch ein Rütteln. Ähm, nein, erstmal muss... Ja, dann... Und jetzt Rütteln. Bam, Blitzeinschlag. Ich verstehe zwar nicht, wieso der Blitz mitten in der Luft einschlägt, aber... Wieso hier überhaupt Blitze sind, mitten in der Unterwelt. Okay, jetzt soll ich mich mit einer ganzen Armee anlegen. Holy moly. Äh, shit, whatever. Ähm, habe ich denn den scheiß Spruch her? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, ich mache keinen zweiten Touristbooten. Ich mache noch ein Schneiden rein. Noch ein Schneiden. Fail. Toll. So, aber zehn Punkte sollten wir, glaube ich, zum Rückzug reichen. Okay, zu beenden. Wer ist dran? Nina müsste dran sein. Nina. Okay, näher ran bewegen. Ah, und wir spammen Bewegungsblocker. Einen. Weil ich mich gerade frage, ob nicht ein Rüttelspam-Klieder wäre. Egal. Ähm, rütteln. Wenn die großen gleiche reinfliegen sollten und gestanden sind, bringt mir das mehr. Hm, zu beenden. Jetzt müsste links dran sein. Nein. Jetzt ist die Laterne dran. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann nämlich feuer zaubern. Hm, 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 hm. Ähm, fuck. Okay. Doch nicht, fuck. Ähm, he, he. Nein, den großen. Hier. Hier. Bleib hier. Bewegungsunfähig. Bam. Wobei ich nicht weiß, ob das so gut war. Und unser Captain ist dran. Bewegen wir uns an die große Laterne und machen die erstmal den Erdboden gleich. Nein, nein. Äh, wieso benutze ich eigentlich Todesboote? Zwei schneide dich sollten auch rein. Oh, feiner. Erbärmlich. Wir kriegen Todesbooten rein. Wunderbar. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. Zu beenden. Hm. Okay, was macht ihr, müsst ihr ja jetzt? Weglaufen. What the fuck? Genau. Und geschockert. Genau. Macht ihr richtig so weiter. Okay, jetzt ist Nina dran. Ähm, komm ich da hinten an? Komm ich nicht. Dann spamm ich dich jetzt erstmal, Tuts. Dann schiefe ich mich ein bisschen hier rüber und beende den Zug. Den Tum da hinten treffe ich grad eh nicht. Ähm. Nein. Die Kamera drehen da hinten ist er. So. Ja, mach ich natürlich nicht durch. Aber so. Und er ist auch in Reichweite. Na. Super Kameraeinstellung immer wieder. Schuss. Ähm. Ähm. Hier. Hier. Tod. Juhu. Der hat nix getraubt. Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich das von da hinten... ...dich wieder rumlaufen dürfen. Äh. Äh. Da ist ja noch einer. Komm. Na, hab ich ihn. Okay. Du fährst jetzt zur Hölle, Kumpel. Ähm. Bla. Todesboote. Bam. Huch. Ich hab keine Punkte mehr für den zweiten Turm. Geil. Zwei schneide dich tun's fast auch. Und äh. Nina hat eine hohe Geschwindigkeit. Das heißt, sie ist dran. Und dann mach ich noch ein Rütteln rein. Und dann war's das auch schon. Tod. Das war Gottes Zorn. Ähm. Jetzt. Jetzt. Müsst ihr eigentlich ein Schlüssel auftauchen? Ah. Ist gerade einiges. Da ist noch ein Mistvieh. Dam, 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 dam. Okay, ähm. Todesboote. Schon wieder nicht genug. Ich glaube, es hakt. Okay, ähm. 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 Zweimal schneide dich. Okay, du komische Fledermorz. Du bist Geschichte. Denn jetzt wirst du wieder Todeszorn zu spüren bekommen. Dum, 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 dum. Ähm. Ähm, 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 ähm. Das ist immer noch einer. Hm. Aber diesmal kriege ich zwei Todesbooten durch. Einmal. Zweimal. Und Todbüste. Fahr zur Hölle. Waren das jetzt alle? Ist immer noch einer. Ich glaube, es hakt hier langsam. Jawohl. Okay. Hm. Ich hoffe, ich treffe ihn jetzt. Das war so klar. Okay, zu bänden. Bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ähm, 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 rütteln. Sollte reichen. Ja. Ja. Reicht, dicke. Tote ist er. Und das war ein einfacher Sieg. Und da hinten ist der Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel liegen. Komm her. Schüsselein. Nein. Hm, hm. Mein Schlüssel. Seesame öffne nicht. Okay, ich sehe wieder nicht. Die Hand vom Augen nicht. Kraftverstärker. Ähm, Gegenstände. Wenden. Kraftverstärker erhöht um 25. Ich brauche einfach Platz im Inventar. Wenn ich jetzt wieder was stehle, habe ich keinen Platz. Ich sehe... Scheiße, der gerade wieder. Hä? Okay, Moment. Jetzt bin ich ein bisschen confused. Holy. Heftig, die Ameise. Kann ich sie angreifen? Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Ähm, hier lang. Komme ich hier raus? Hä? Okay, ich bin gerade ein wenig confused. Hm, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, scheiße. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin falsch gegangen. Hallo? Hm, 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 hm. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich scheiße gebaut. Okay, wieder zurück. Wieder zurück. Benutzt doch mal den Turbo. Nein, geht nicht. Ich gebe mir meinen CD-Zähler hier hoch wie was, weiß ich was. Versuchen sie einzeln zu bekämpfen. Okay, wisst ihr was? Das machen wir anders. Der bewegt sich wieder auf seinen alten Platz. Okay, das ist nicht gut. Mal gucken, ob wir ihn mit dem Fleisch weglocken können. Puh, die haben sich so synchron bewegt, dass ich Angst bekommen habe. Okay, ich muss wohl mit beiden gleichzeitig kämpfen. Ähm, dann fangen wir mit den Kleinen an. Ach du Schande. Okay, das wird mal wirklich ein fordernder Kampf. Rückzug, rückzug. Zu beenden. Okay, was wollen wir jetzt? Was wollen wir jetzt? Nina, Nina müsste dran sein. Nina ist dran. Kriegen wir die Kamera und so hin und Rüttelball. Jetzt wird Rüttelball gespampt. Okay, noch ein Rüttelball. Ja, wir wissen, was ist wohin. flew